Die World Organization of the Scout Movement ist eine Weltpfadfinder-Organisation, der momentan mehr als 36 Millionen Pfadfinder in 160 Ländern angehören. Damit ist die WOSM die zweitgrößte Kinder- und Jugendorganisation der Welt. Sie hat auch einen Sitz im Weltkomitee von ISGFAISG, dem Weltverband der Altpfadfinder. Die WOSM ging aus dem 1920 gegründeten Boy Scouts Internationalbüro hervor. Die silberne Lilie auf violettem Grund ist das gemeinsame Zeichen aller Pfadfinder, deren Verbände der WOSM angehören. Das die Lilie umgebende Seil mit dem Weberknoten symbolisiert den Zusammenhalt aller Pfadfinder rings um den Erdball. Mitgliedsverbände Mitgliedsverbände im deutschsprachigen Raum sind In Belgien der Dachverband Guidesme et Scoutisme on Belgique Gützen on Scouts Bewegingen Belgier aus den französischsprachigen Verbänden Scout C Guides Pluralistis de Belgique den niederländischsprachigen Verbänden FOS Open Scouting Verband christlicher PfadfinderInnen und Pfadfinder In Lichtenstein die Pfadfinder und PfadfinderInnen Lichtensteins Letzerbürger Guidener Scouten In Österreich die Pfadfinder und PfadfinderInnen Österreichs In der Schweiz die Pfadi Bewegung Schweiz In Südtirol die Federazione Italiana Dello Scoutismo Os Associazione Gaiti Scouts Catholici Italiani mit der Südtiroler Pfadfinderschaft Corpo National e Giovanni Esploratori et Esploratrici Italiania Weltregionen Die World Organization of the Scout Movement ist in sechs Regionen gegliedert Eurasian Region in der Satzung der WOSM sind die Regionen als freiwillige Zusammenschlüsse der in der jeweiligen Region arbeitenden Pfadfinderverbände vorgesehen Obwohl also kein Zwang zur Mitarbeit in der entsprechenden Region besteht Haben sich alle Vollmitglieder der WOSM der jeweils zuständigen Region angeschlossen Zusätzlich gibt es in einigen Regionen assoziierte Mitglieder, die aus unterschiedlichen Gründen eine Vollmitgliedschaft nicht erreichen können Dazu gehören beispielsweise die weitgehend selbstständigen Übersehgruppen der französischen und britischen Pfadfinder Weltzentrum und Verwaltung Die WOSM unterhält ein Weltzentrum in der Schweiz Das 1923 errichtete Kandersteg International Scout Center Der Hauptsitz der Verwaltung der WOSM ist das Zentralbüro des World Scout Büro in Genf Siehe auch World Association of Girl Guides and Girl Scouts Jambory